Das alte Jahr wird mit Feuerwerk verabschiedet, so ist der Brauch. Und das neue Jahr wird mit Feuerwerk, einem Modellbahnfeuerwerk, begonnen. Und das wäre dann ein neuer Brauch. Klingt doch schon mal ganz gut. Und damit erst mal willkommen, liebe Freunde aus nah und fern bei Xtreme24, Ihrer Einkaufswelt für Modellbahnen und Zubehör. Ja, das Modellbahnfeuerwerk, wie eben erwähnt, hat eindrucksvoll NMJ gezündet. Lassen Sie es mich mal so zusammenfassen. Also kurz vor Weihnachten. Okay, wir sind jetzt etwas großzügig mit der Auslegung Jahresende. Also kurz vor Weihnachten kam das Reisezug-Wagenset der Bergsbahnen in den Handel. Den Wagen habe ich Ihnen nochmal mitgebracht. Eine Woche später, also Ende Dezember, das Diesel-Power-Paket mit fünf neuen Know-Hub-Farbvarianten. Und was soll ich Ihnen sagen? Jetzt stelle ich Ihnen wieder ein brandneues Reisezug-Wagenset im New Design der NSB als Modell vor. Und das nenne ich mal ein atemberaubendes Tempo, welches NMJ hier vorliegt. So kann es eigentlich weitergehen. Es handelt sich dabei um den gleichen Wagentyp wie der von der Bergsbahn. Diese kleine Impressionen übrigens von der Stammstrecke, die ich Ihnen mitgebracht habe, der Bergsbahn, konnte ich 2015 machen, als diese Wagen noch im NSB Old Design unterwegs waren. Auch damals war eine EL18 die Zuglok dieses Zuges. Und wie man sieht, ist auch eine Reise im Sommer durch die Landschaft traumhaft schön. Tja, hab eine Idee. Lasst uns nach Norwegen fahren, eine Reise auf einer der schönsten Strecken Norwegens machen und anschließend den Job von NMJ in Oslo stürmen. Tja, okay. Träumen ist ja mal was Schönes. Also, diese Reisezugwagen der NSB sind zwischen 1982 und 1988 von Strömens Werkstatt für die neue Staatsbahner für den Fernverkehr in Norwegen gebaut worden. Also doch schon etwas betagter, aber immer noch in Top-Ausstattung unterwegs. Und im Laufe der Jahre wurden die Wagen des Typ B7 mehrfach umgebaut. Bei der letzten Modernisierung 2008 bis 2011 wurden alle Fahrzeuge mit Klimaanlage, Steckdosen an den Sitzen, Wi-Fi, WLAN und Internetzugang ausgestattet. Ja, 2026 soll nun Schluss sein. Denn dann werden diese markanten Wagen peu à peu endgültig durch neue ersetzt werden. Als Hersteller für die neuen empfehlen sich die Firmen Stadler, Alstom Transport Norwegen AS, CAF und Talgo von Norske Talk bei der NSB. Ja, soweit die kleine Einordnung zum Original dieser Wagen. Ja, und jetzt, liebe Freunde, kommen wir zu den Modellen, die NMJ aufs H0-Gleis gesetzt hat. Die Top-Line-Plus-Modelle sind im NSB New Design lackiert. So wie der Wagen hier vor mir steht. Top-Line-Plus-Modelle bedeutet, dass die Wagen bergseitig bereits mit Innenbeleuchtung ausgestattet sind. Drei Wagen, von denen insgesamt fünf Lieferbaren, habe ich also hier mal mitgebracht. Und die möchte ich Ihnen jetzt vorstellen. Zum Beispiel diesen hier. Da muss ich den jetzt nehmen mit der Artikelnummer 123 203. Und dazu gibt es eine kleine Geschichte zu diesem Wagen zu erzählen. Und die möchte ich Ihnen nicht vorenthalten, liebe Freunde. In der Wagen ist eine Ausführung ein Schaffner Gepäck- und Mini-Bistro-Wagen. Lackiert natürlich in diesem neuen Design, in dem New Design der NSB. Ausgeliefert wurde er im August 1982. Und das Besondere war, nur mit einem kleinen Ausgabeloch im Bistro-Bereich in der Kioskwand für Fahrgäste. Kleines Loch als Ausgabeloch für Getränke und vielleicht eine Wurstsemmel. Das geht ja nun gar nicht. Getränke und belegte Brötchen als Imbiss oder so über ein kleines Ausgabeloch. Ja, wer hätte das gedacht, dass man so sparsam ist bei der NSB. Nach starkem Druck der Fahrgäste, und das zu Recht, wurde also beschlossen, ein Speisenangebot für die Reisenden einzuführen. Und der Wagen wurde zu einem kombinierten Schaffner Gepäckwagen mit sogenannten Mini-Bistro und zehn Sitzplätzen umgebaut. Und ab 1988 in Betrieb genommen. Na bitte. Geht doch. Tja, mit der Artikelnummer 122 101 kommt, ich sag jetzt mal, ein Großraumwagen in der zweiten Klasse. Ja, und mit der Artikelnummer 120 103 in der Ausführung als erste Klasse, zweite Klasse kombinierter Sitzwagen. So, mal draufsetzen. Alle weiteren Modelle finden Sie natürlich bei uns auf den Seiten von X-Train24. Mit allen fünf angeboten Wagen der NSB in der New Design Ausführung können Sie bereits einen vorbildgerechten Zug bilden. Diese Modelle sind alle super detailliert ausgeführt, mit allen Details am Fahrgestell, wie Batteriekasten, Auffangbehälter, Trafos, Lufttanks und so weiter und so weiter. Und auch der Fahrgastraum ist vorbildgerecht lackiert und mit separaten Stühlen, Trennwänden, teilweise Klarsichtfolie, Gepäckablagen, Kleiderschrank, Instrumententafel und natürlich einem WC nachgebildet. Ja, und da die Wagen Topline Plus Modelle sind, ist die Innenbeleuchtung bereits an Bord. Und damit die Innenbeleuchtung nicht flackert während der Fahrt, wer kennt das nicht, sind auch Pufferkondensatoren verbaut worden. Und das ist nämlich mal eine coole Idee. Die Beleuchtung funktioniert sowohl in DC- als auch in DCC-Betrieb. Jetzt noch ein kleines Wort zu unseren AC-Fahrern. Wer elektronisch gut bewandert ist, kann die Wagen selbst auf AC-Betrieb umrüsten, denn hierfür gibt es kein Umrüstkit. Und man muss nach einsetzenden AC-Achsen ein paar kleine Anschlussänderungen auf der Platine bewerkstelligen und dann kann es schon losgehen. Aber wie gesagt, das ist nur für den versierten AC-Modellwarner gedacht. Eine passende Zuglok, eine EL18, haben wir natürlich für Sie auch vorrätig und im Programm, denn das macht dieses Zugset erst so richtig komplett. Und jetzt fahrtfrei für die wunderschönen Fernverkehrswagen im New Design der NSB auf Ihrer Anlage. Alle weiteren Infos zu den Modellen finden Sie natürlich auf den Seiten von extrem24.de zum Nachlesen. Ja, und dann bin ich eigentlich schon am Ende der Vorstellung der Fernverkehrswagen von NMJ angelangt. Alle Modelle sind verfügbar und warten nur noch auf den Einsatz auf Ihrer Anlage. Ja, und wenn Sie generell keine Neuheiten mehr verpassen wollen, abonnieren Sie doch einfach unseren kostenlosen Newsletter. Damit sind Sie immer auf dem Laufenden, was wir so aktuell im Angebot haben und natürlich auch immer auf dem Laufenden, was NMJ neu bringt. Jetzt wünsche ich Ihnen viel Spielspaß mit der Zuggarnitur von NMJ und verabschiede mich von Ihnen, wo immer Sie auch zugeschaut haben. Bis demnächst auf gleicher Welle und Kanal, Ihr Frank Buttig und Tschüss. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR